Hallihallo, Hallöchen und Herzlich Willkommen zu einem klitzeklitzeklitzeklitzekleinen Infovideo. Und zwar, ähm, falls es irgendjemand mal noch mitbekommen hat, es gab mal das Projekt Trine 2. Ja, äh, das wurde dann pausiert, weil es nicht mehr ging. Aber, 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 jetzt geht es wieder und, ähm, wir werden dann demnächst, also wir waren drei Leute, wir haben das zu dritt aufgenommen und wir nehmen das jetzt wahrscheinlich in den Sommerferien, also ab nächster Woche, wieder auf und ich hoffe, bis dahin ist dann Amnesia, ähm, fertig und, ja, dann geht es mit Trine weiter, Amnesia fertig, dann habe ich wieder ein Projekt sozusagen anstelle von Amnesia. Das bedeutet, Penumbra Black Black U muss doch noch warten. Ich will da sowieso erstmal, äh, fünf bis sechs Parts oder fünf bis zehn Parts, ähm, vorher aufnehmen, weil, ähm, ist halt so Schneiderarbeit und so, Penumbra mit Webcam und so, wisst ihr ja. Ähm, so, ähm, dann gibt es noch die andere Information, ähm, ich habe einen 2, 433. Kanal jetzt, und zwar, äh, failzone.de, da bin ich mit vier Kollegen und, äh, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, dann schaut bitte jetzt in die Beschreibung und, ja, äh, abonniert den, falls ihr mehr Videos von mir noch haben wollt und mehr Videos von anderen guten Let's Playern, denn die vier sind nicht umsonst bei uns, beziehungsweise bei mir, weil wir sind da auf die Idee gekommen, dann, hm, ja, eigentlich, ja, zu zweit und dann haben wir immer mehr dazu geholt, immer mehr, immer mehr und bald haben wir die ganze Welt auf unserer Seite und dann kommen sieben Millionen Videos, äh, sieben Milliarden Videos pro Tag. Ja, eindeutig. Also, äh, zweitkanal abonnieren, Tryon2, ähm, geht bald weiter und, joa, bis denne, tschö, tschö.